Herzlich willkommen bei der Online-Football-Akademie. Mein Name ist Heinrich Steiner, ich bin diplomierter Sport-Mentaltrainer, ich bin diplomierter Fitness- und Gesundheitstrainer und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über die Leistungsentwicklung, sprich Superkompensation. Ihr seid doch alle Sportler, Spieler und wie trainiert man richtig? Und zwar im Zuge dieses Flipchart möchte ich euch kurz einmal zeigen, wie ein Training sich auswirken sollte, beziehungsweise wie ein Training sich negativ auswirken kann. Ich habe hier das aufgezeichnet und man sieht hier den Balken. Wenn ihr jetzt zum Trainieren anfängt, ist das momentan ein gewisser Stress für den Körper, sprich die Leistung, der körperliche Zustand geht ein bisschen runter. Die Entwicklung ist dann in der Ruhephase, sprich beim Schlaf oder bei gutem Essen oder in der Regeneration, sollte dann die Kurve über das eigene Level wieder langsam ansteigen, bis zum nächsten Schwerpunkt, bis zum nächsten Training. Ich zeichne das hier so auf und im Idealfall geht die Kurve dann immer weiter rauf und so entwickelt ihr euch eure Leistung. Wichtig ist, dass ihr immer genügend ausreichend regeneriert und regenerieren tut man eigentlich nur, wenn man kein Training macht. Sprich noch einmal, hier ist Training, Regeneration, Training, Regeneration und wenn genug Regeneration ist, dann wird der euer Körper besser entwickeln können, beziehungsweise die Leistung wird dementsprechend besser werden. Das Gegenteil ist der Fall, wie es leider auch viele machen, die grundsätzlich nur noch Gefühl trainieren. Die trainieren, wie gesagt, die Kurve geht in den Keller, die nächste Regenerationphase ist zu kurz und die Kurve entwickelt sich immer weiter runter. Hier ist der Fall, dass die Leistung immer schlechter wird, der Körper baut ab und ich kann mich selber nicht dementsprechend weiterentwickeln. Hier muss man natürlich schon aufpassen, weil in diesem Fall kann es passieren, dass nachher dann schlimme Folgen zustande kommen, sprich Müdigkeit, Verletzungen, Krankheiten. Das Ganze kann sich nachher dann hin entwickeln bis zu Burnout. Darum ist wichtig, auf einen guten Trainer zu hören, der euch die wichtigen Inputs gibt, wie man richtig trainiert, damit ihr praktisch nicht in den negativen Bereich der Superkombination reinkommt. Das war ein kleiner Input zur Leistungssteigerung. Ich wünsche euch noch in der Online Football Akademie viele zahlreiche Inputs und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder.